Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde OneFinal Left Punch. Letzten mal hatten wir eher so eine miese Ausbeute an Level. Entweder waren die Monster zu... Monster. Entweder waren die Gegner zu viele. Oder ich kam einfach nicht zurecht, weil ich einfach zu müde war. Wir machen jetzt mal das... Ja. Die Laser runter. Freue ich mich ausgeschlafen habe. Alles doch. Das erfülle hat geht. Und ich werde auch gleich nochmal die Skills austauschen. Das hilft alles nichts. Ist. So. So. Oh. So. 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 gott sei dank noch mal kurz raus haben weiter geht's machen wir auch noch mal hier diese runde ok ein leben und noch mal versuch mein gott Biss BAM Ich glaube, dass diesmal meine Kopfhörer nicht so drücken werden. Das ist echt unangenehm. Nein, ich muss damit auch aufmachen. Jetzt ist es mal. Oh. Nicht aufgefasst. Wieso nur einleben? Ich kann nur mit einleben, das durchkriegen. Boah. It's fake. Oh, ich vergesse meine Skills umzulegen. Hehehe. Okay. Hm. Das sieht auch mal sehr interessant aus. So, werde ich mal den Skiller ausprobieren. Wie der ist. Dann werden wir hier unten umgehen. Hm, 145 geht er. Ah, toll. Super. Na, guck mal her. Ah. Oh, verpiste. Oh, verpiste. Das ist tatsächlich. es geht ja bis jetzt fast gut ok gut, wenn ich den reflektischen auch drin habe ahaha, das rät mich so auf ahaha, wieso? 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 boah, kapiert es doch mal fast nichts an heute aaaaaaah, ich bin ein Fellwound Ich möchte einen Balken haben. Der Ball passt mir viel besser. Bitte, Leute. Ernsthaft, jetzt häng ich schon wieder bei sowas rum. Das ist elendig lange. Ich kann mich doch keinem einen anlässt. Da kommt sie her, Leute. Bis. Äh. Kann ja nicht mehr was passieren, bitte. Wow. Das ist wirklich... Das war nicht so geil. Das war nicht so geil. Ah, das hit mich auf und auf. Sie geht ihm einfach sofort zuflagen. Oh, das war knapp. Ah, bitte. Lighter. Wenn ich Reichweite nicht so beschissen würde, dann würde ich, glaube ich auch, einfach ein bisschen besser zu schlagen. Au, aber Auge. Ich würde dieses Level einfach nur fertig kriegen. Ich würde es nicht so schnell, wenn ich das. Ich würde es nicht so schnell, wenn ich das. Und jetzt ist es ein Kaffee. Ui, ich bin jetzt ein Kaffee. ich habe zugeschlagen noch ein versuch und dann werde ich wahrscheinlich eine folge enden und ich werde es auch noch mal versuchen oh meine u-folge wird sich die zenten überlegen haben ah Boah, das kann man doch nicht angehen, als geht man so schnell hintereinander wegkommt, ey. Das gibt mir schon die ganze Zeit auf den Keks. Kapp-pist-euch. Boah, das rät mich so auf. Leute, ernsthaft, ich beende jetzt die Aufnahme, ja, weil ich schon überlänger. Also bis zum nächsten Mal wieder, wenn es heißt, Wolfgang erfalsch. Tschüssi.